Wir wollten doch alle schon mal jemanden umbringen. Ne, warte mal. Wir wollten doch alle schon mal jemanden umbringen. In Minecraft. Und genau das werden wir heute auch tun. Okay, was haben wir hier? Okay, wir haben ein Steinmesser gefunden. Das reicht uns aber nicht. Guck mal hier. Okay, wir haben schon mal ein Steinmesser. Beziehungsweise Steinschwert, aber es ist ein Tech-Shop-Pack. Ich brauche aber noch ein bisschen was mit Schusskraft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, guck mal, da hinten ist auch eine Truhe. Und wir sind der Mörder geworden, Leute. Mit einer Pistole. Und einem Messer. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Okay, ich hätte den... Oh, guck mal, das ist ein Komplize von uns. Wir sind nämlich nicht der Einzige hier, der Mörder ist, sondern es gibt noch mehr. Guck mal, der Typ da unten ist doch gerade ganz allein hier. Vielleicht können wir den mal auflauern und den dann eiskalt erwischen, während keiner guckt. Okay, da oben sind zu viele Leute. Hä, das ist aber schon verdächtig, was der hier gerade macht, oder? Okay, unser Kollege greift den Detektiv an. Unser Kollege greift den Detektiv an. Der Detektiv ist gefallen. Okay, mein anderer Kollege. Okay, wir sind zu dritt. Da ist nur noch der Typ da. Schieß mit der Pistole. Nur noch einer ist am Leben. Wo ist der Typ? Der ist abgehauen. Da ist er. Da ist er. Ich schnapp ihn mir. 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 Boom! Junge, der Trickshot, Mann. Aber das reicht mir noch nicht, Leute. Ich muss noch ein paar mehr killen. Guck mal, der macht hier nichts. Kein anderer außer mir und ihr sind hier. Ich glaube... Ich glaube... Schnapp den, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie. Mein Kollege macht nichts. Der ist AFK. Komm jetzt. Okay, okay, weg, 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 weg. Oh, das hat jemand gesehen. Der Detektiv hat es gesehen. Wer könnte das gewesen sein? Komm, die ahnen nicht, dass ich das war. Die haben die Leiche gefunden, aber die wissen nicht, dass ich das war. Ich verschwinde mal ein bisschen in den Untergrund, wo mich keiner davon kann. Hö, er greift mich an. Er greift mich an. Aber meine Trader-Kollegen sind hier. Kurzen Prozess. Kurzen Prozess. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die haben schon wieder nicht gecheckt, dass ich das war. Ey, ey, ey. Ah, verdammt. Okay, dieses Mal wurde ich gefasst. Man kann hier übrigens auch Detektiv oder Innocent werden. Also man wird nicht nur Mörder. Das heißt, nicht jede Runde kommt in das Video rein. Also liked mal jetzt das Video, damit ich gleich Mörder werde, okay? Leute, ihr solltet das Video liken. Nach 50.000 Runden bin ich jetzt endlich wieder Mörder. Und dieses Mal will ich es ein bisschen taktischer angehen. Also ich habe ja hier zum Beispiel einen Shop. Wir gucken mal in den Shop rein, Leute. So, was kann ich hier kaufen? Oh, ein Boom Buddy könnte ich mir auch kaufen später. Das ist, wenn da eine Leiche liegt und die jemand inspektet, dann explodiert die einfach, die Leiche. Ey, warum greift er mich jetzt an ohne Sinn, Digga? Was will der denn? Okay, weißt du, was wir machen? Wir schießen einfach so rein. Oh, wir schießen jetzt einfach Creeper rein. Die wissen jetzt, was wir sind. Okay, die sind Traitor. Wir schießen einfach von oben auf die runter. Okay, easy. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich muss mich gut verstecken. Oh, ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Meine Kollegen müssen mich beschützen. Und wir sind hier schon ein bisschen eingekesselt gerade. Das ist nicht so geil. Alter, was? Wir gehen jetzt auf den. Ich gehe jetzt auf den. Ist mir egal. So, was willst du tun? So, komm. Verdammt. Ach ja, Leute. Und ihr solltet den Abo-Button jetzt einmal ermorden. Denn wer weiß, vielleicht bin ich sonst das nächste Mal bei euch zu Hause. In Minecraft. Okay, Leute. In der letzten Runde möchte ich diesmal wirklich smart vorgehen. Und wir gucken mal, was wir uns kaufen können. Ein Blasrohr. Okay, das ist wirklich sehr cool. Wie funktioniert das? Oh, oh. Ups. Hier ist so eine große Menge an Leuten. Ich schieße einfach mal. Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Oh je, oh je, oh je. Oh, ich schieße einfach. Warum treffe ich ihn nicht? Egal, egal. Guck mal, da ist einer. Da ist einer. Alter, ich treffe hier gar nichts. Egal. Keiner hat irgendwas gesehen. Alles gut. Ich lege mal mein Messer weg, damit ich ja nicht verdächtig aussehe. Auf den schießen die denn da? Auf den da oben. Ja, das ist ein Mörder. Das geht ja mal gar nicht. Weg mit dem. Ich gucke mal kurz, wer sich hier alleine befindet. Und dann ramme ich ihm das Messer einfach hinterrücks in den Rücken. In meinen Kraft. Ups. 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 Hast du Fallschaden bekommen? Ups. Oh, oh. Die haben mich alle gesehen. Die haben mich alle gesehen. Die gehen alle auf mich. Oh nein, das war nicht so smart. Ja, Mann, warum stirbt der auch nicht, wenn er da runterfällt? Komm mal on, Leute. Ja, die verfolgen mich alle. Die verfolgen mich alle. Die verfolgen mich alle. Nein, was macht... Ja, ich bin kaputt. Ich bin am Arsch. Oh, die haben nicht mitbekommen, dass ich da bin, die Idioten. Wie lebt der noch? Wie dumm ist das? Wie unrealistisch ist dieses Spiel? Bro, der müsste sowas von down sein. Oh, ich habe drei Traitor-Punkte. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole mir jetzt die Creeper-Pfeile. Wenn die hier hochkommen, dann schieße ich da komplett viele Creeper-Pfeile rein. Dann gehen die alle down. Komm hoch. Ja, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Ja, komm hoch. Komm hoch. Oh nein, oh nein, oh nein. Da. Creeper-Pfeile. Get down, get down, get down, get down. Nein. Egal. GG. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Harnlink ist hoffentlich kein Mörder. Tschüss. Tschüss.